meine motivation digga auf jim ist einfach von heute auf morgen einfach weggegangen jim ist immer so eine sache man braucht eine freundin oder einen besten freund komplett krank so von jemand der darauf geachtet hat für jemanden der einfach auf scheiß egal so ne motivation fehlt meistens genau schau die youtube-videos über fitnessmotivation kommentar hier dann schon ne ich bin schon riesig ja aber das ist doch bonano das ist bonano aber wenn wenn jemand mir so 500 euro gibt und sagt lecky schneid deine haare auf null und einfach glatze für 500 euro ich mach direkt ich kann nicht mehr deutsch reden ja mein deutsches oh oh maybe game over maybe game over maybe game over it's game over bonano win against fergan in the semi final so we have bonano against levy de wirt in the final ich mach mal ne bette ok für euch bonano 4 1 who will win the final bonano or levy de wirt you can bett so bonanos team einfach goldener mondi stimmt anders nee digga für das spiel um platz 3 wo es eh um gefühlt nur 18 euro oder so geht da lohnt es sich nicht digga aber wir gucken und reden es noch nicht ist gut dass man überhaupt noch so teilnehmen hat weil ich hab gesehen digga fifa cups laufen momentan nicht bei jedem laufen die eigentlich nicht so gut und die leute einfach ist man muss sich so vorstellen ich finde das krass traurig dass fifa schon vor der totti zeit so ist wie es jetzt ist abo levy de wirt kannst du mal den link von levy´s gegner rein warte bin ich auf diesen moment ist halt so mal so gute tage mal schlechtere und das ding ist halt abo was ein tor oh mein gott bonano best of what ozzi kom und den aber er als mehr gefühlt ey alles gut was wäre wenn du einen wenn du eine firma dafür gegründet hättest dann hier guck mal ich könnte das machen so ne warte mal Bonanno! Bonanno! Eli hat doch Lizenz bekommen? warte mal Bonanno Bonanno! Aha! 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 Bonanno 3.1 Und das Lost 1.0 Das wäre schon krass! Mach ein edX Black League. Kann man machen Digga, aber kein Plan aufs Ungemerk. Kommt dazu! Ey dX, thanks bro! GGs man! Jungs! Schreibt mal GGs rein! Was ist los hier? Schreibt mal GGs rein! Aber was war das für ein Tor? Ey Juju, thank you! Jungs!